Nur zusammen sind wir stark und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Vitamin D nehme auch ich, ich nehme Magnesium, natürlich nehme ich die wilde Blaubeere, ich nehme auch Omega-3 und dann eben individuell, weil jeder ist anders. Der eine braucht noch Zink, der andere Selen, aber nur die Kombi, das ist mir wichtig zu sagen und auch ab und zu Vitamin C mal pro Stunde 200 Milligramm, das macht Sinn. Und wenn wir dann damit mit der wilden Blaubeere noch diese Anti-Inflammation reduzieren können, dann steht einem 100-jährigen Leben noch nichts mehr im Wege.